Möchtest du deine Gelnägel zu Hause ohne Aceton entfernen? Hier ist eine einfache Methode mit Spülmittel. Zuerst besorge dir deine Utensilien. Spülmittel, warmes Wasser, eine Schüssel und eine Nagelfeile. Mische ein paar Tropfen Spülmittel mit warmem Wasser in einer Schüssel. Tauche deine Nägel etwa 10er-15 Minuten ein. Dies hilft, das Gel zu lösen. Nach dem Einweichen feile das Gel vorsichtig von deinen Nägeln ab. Achte darauf, deine natürlichen Nägel nicht zu beschädigen. Spüle deine Hände ab und trage Feuchtigkeitscreme auf, um deine Nägel und Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Und da hast du es! Einfaches Entfernen von Gelnägeln ohne Aceton. Probiere es aus und genieße gesunde Nägel.